Nach nicht ganz elf Jahren in der Landespolitik gab Christina Edlinger-Ploder am 26. Februar unter großem medialen Interesse ihren Rücktritt bekannt. Ich werde die Position oder die Funktion der Landesrätin mit 10. März 2014 zurücklegen. Als Grund für ihre Entscheidung nannte die Landesrätin die anstehenden großen Weichenstellungen in ihrem Ressort, die über das Jahr 2015 hinausreichen. Es werden aber die Arbeiten zum Budget 2015 auch notwendig machen, sich über eine mittelfristige Budgetplanung Gedanken zu machen. Und dabei sind einige weitere Entscheidungen zu treffen, die auch über die Legislaturperiode hinaus, aber insbesondere für dieses Budget eine Wirkung haben. Und deshalb habe ich mich entschlossen, als eine, die 2015 sich nicht mehr der Wahl stellt, in diesen Tagen zu sagen, dass ich das Amt zur Verfügung stelle und dementsprechend auch diese Möglichkeiten offen lasse, Entscheidungen für die Zukunft von jenen zu treffen, die diese auch umsetzen und mit aller Kraft mittragen. Auf ihre Zeit als Landesrätin blickt die 42-Jährige positiv zurück. Ich darf dazu sagen, ich habe kein Jahr und keinen Tag bereut. Ich muss auch sagen, ich habe das Glück gehabt, wie gesagt, mit Waltraud Klasnik eine Förderin zu haben, die man nicht jeden Tag geschenkt bekommt. Ich habe aber auch das Glück gehabt, im Jahr 2010 die Geburt der Reformpartnerschaft zu erleben und dabei sein zu dürfen, wie dieser neue Anspruch und diese Vision für das Land paktiert wurde. Und ich darf über sagen, mit Überzeugung und voller Leidenschaft stehe ich für dieses Thema und wünsche mir auch, dass diese Reformpartnerschaft weiterhin den Mut und die Aufrichtigkeit und die Kraft hat, für dieses Land das Richtige zu tun. Abschließend bedankte sich die scheidende Landesrätin bei den anwesenden Journalistinnen und Journalisten. In diesem Sinne, danke und alles Gute. Vielen Dank.